oder mann wenn er noch ein bisschen holz er bin auch neunmal und an die Welt brauchst du oder ich brauche nur 20 holz ich hab den neuen Händen müssen wir haben ja nicht dann können wir brauchen und wenn ich schon okay das ist schon ein bisschen mit einem zuvor die Holz machen wo soll ich denn den Ofen hinstellen hier in der Blockbench einfach an na verstecken mich irgendwo na wo jetzt noch mit dem Ofen sitzen das Erdgeschoss hätte ich gesagt bauen wir mal fertig und dann bauen wir im Erdgeschoss in der Eingangshalle rechts und links auf jeder Seite drei Lagerfeier und dahinter pro Wand das heißt dann haben wir schon mal einen Haufen zum Herstellen und da hinten hat man doch kommt rechts eine Stufe aber nicht jetzt wirklich Stairs sondern mit Rampen und links ist selbe und dazwischen bauen wir dann mal einen ersten Lagerraum und oben im ersten Stock wird das eben noch von mir Stairs weitergemacht ähm mal kurze Zwischenfrage hat jemand Fett und Clouds für mich ich habe schon ich habe Glow Ermen Rade und Leder habe ich da also E-Hop, Vara, Fett und Clouds hey ich brauche 6 ja hier habe ich wer braucht die Sunflex hier alle schmeißen hier was raus warte was habe ich mir jetzt bekommen warte ich schmeiße das hier nochmal hin da hab ich nicht so viel wo ist ein TJ? ich bin unterwegs ähm Materialfarm ok und Chris wo bist du? auch Materialfarm wir bleiben jetzt hier im Haus dann kann ich auch nochmal losgehen die bleibt los wenn was passt die bleibt los wenn was passt äh ich muss erstmal ein äh Repair-Land-Farm und dann fahre ich nicht mehr ich brauche jetzt irgendwie eine Kiste oben im äh in der Alliangrund was liegt da für Zeugs am Boden? und dann geht es auch um jetzt einfach hier die Kiste hin mir egal wofür hatten wir die wieder weg Joll das ist für die Kiste die Kiste immer wieder weg hier kommt unser Zeug erst mal ran dann das hier das Team das Team kann ich auch gleich losliegen Was schlimmste an dem ganzen Spektakel, oder? Wer ist das? Gehört zu uns, Huffey. Das ist immer so dumm, jetzt hat er mich nicht auf die Waffe gewechselt. Ich hab zwar Schlot 3 gedrückt, aber der wechselt immer nicht so schnell. Wann? Siehst du dann voll die Panik, wenn er in der Folie steht und er wechselt? Ja, richtig. Steine? Alle wollen in ihre Sachen reinkommen. Hat doch noch schon ein Pickaxe besearcht. Ich kann große Lagerplätze bauen. Ja, ich hab auch noch einen im Inventar. Einen hab ich auch noch. Und gibt's auf dem Server Mods auch noch, oder? Wer ist hier in den Haus drin? Ich? Also brauch ich immer noch einen Pickaxe. Nee. Wir brauchen Holz. Holz, Holz, ja. wie der Mauer Holz. Aja, ja, ja. Massen wir mal schenken. Einwalt wird. Ja, 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 ja. Nebst so die ganzen Sachen raus im Haus gleich ab. Wir geben alle brav rein in die Kiste, wo dann sowieso alles klar wird und jetzt verbaut sich ein Mutser und Bude irgendwo. Ja. Der Beach-Ball. Beach-Ball? Welcher Beach-Ball schon wieder? Nee, Pasche-Ball. Ah, nein, Pasche-Ball. Ja, ist alles gleich. Ja, das ist alles gleich. So, ich gehe auch wieder weiter fahren. Kommst du mit? Bitte schon. Wo gehen wir hin? Äh, ich würde sagen, gleich zur Red-Town zu Small Red-Town durch. Ach, da? Hm. Christus noch da, oder nicht? Nein, wahrscheinlich nicht. Also, ich wollte sagen, wir gehen links da auf den Big Red-Town da. Ja, oder wir gehen da hin. Ja, na, dann nach links. Da ist ja auch der Cash-Ber-Typ, ne? Na, dann hauen wir weg. Ist das eine Knarre? Ich hab ne Knarre, ja. Na, ich hab auch nen Bogen. Warum holst du nicht deine Bolt wieder? Wo ist die? Hier wird der eine. Ich mach schon. Ich hab den immer noch. Ich hab den immer noch, ja. Ja, hol dir erstmal Mike. Nee, nee. Das... Mensch. Die brauchen auch für den Kerflappen. Hab noch ne Hacke, was du dann brauchst. Will den nicht wieder alleine töten. Wir finden gleich noch mal ne Waffe. Ein Geo oder so. Christus kommt aus. 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 Okay. Dann hinten ist noch n Bär. Mike, soll ich dir eben ne Waffe herstellen? Nee. Wo denn? Ich hab Low-Quality Metal Metal. Da unten ist gleich links. Ich hab jetzt keine Pfeile mehr. Ich mach kurz Pfeile. Das Paper, das brauchen wir glaube ich gar nicht mehr wollen Na, Paper kann man schmeißen Geht grad nicht schneller, bin hart am craften Hier oben rechts ist noch ne schöne Stelle, wo es viele gibt Holz, Steine und sowas Ja Und noch viele rote Tiere und dann gehen wir mal gleich hin Ja, genau Oh, das ist hier Alter, ich geh jetzt auch nicht grad beim Kacken der Hast du da die Haxen gebrochen oder was? Na, ich bin am craften Ach so Boah, wie lang dauert denn das hier Bitte Chocolate Ich hab' ich mal auch erstmal lecker gegessen In real life wird er bespielen Wo läuft's? Wo läuft's? Wo läuft's? Wo läuft's? Bei der Ahnung Das ist real life, was ist das? Hier Kann man noch lassen? Das ist vielleicht das neue Spiel Oh, da Ist das so ähnlich wie die Second Life oder? Einmal Einmal Mike, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Warst du in den Haus schon drinne? Nein Nein Ja Ich hab auch Döne, ne? Ja, ich hab keinen, ne? Ja, ich hab keinen, ne? Mach's erstmal Das kannst du dir gerne nehmen, wenn du willst Was ist denn da drin? Essen Essen Nee Erstmal hier arbeiten Hart arbeiten Brenner soll man ja mit Deutier machen, wie du es noch Für jeden Das war Was? Na, wo ich Wo ich keinen Code nehmen Übrigens An alle Ja, das kann man noch drüberlegen, wo man mit Deutier hoffen Ja Können wir ja dann im TS eigentlich schreiben, oder? Code Schokolade ist da drin Was du brauchst Ja, eigentlich kann man es da drin Was du brauchst Oder eigentlich kann man es da drin ausmachen Oder eigentlich kann man es ausmachen, weil es wird eigentlich Einer wir Und sonst keiner Ja, TS wäre am besten, glaube ich Ja, wir müssen Ja, wir müssen Aber die haben ja einen Sound Also eine Aufnahme, oder? Ja, wir müssen Wählen das ohne Sound drauf Ja, das ist alles komplett Ich habe auch nur Team-Speak und auch Komplett der Hand Andere Problem Die haben nur 82 Metall Jetzt Metall Da braucht man noch was, dass ich schmelzen kann Warte, mach ich Der war hartnäckig Oh ja Wieder Weste Brauchst du? Weste, ja, brauch ich noch Da jagt noch einer, Mike Ja, das bin ich Okay Achso Von Kata Oh Leiner? Oh Hä? Kein Ofen irgendwo hier sitzen Bei den Kisten, oder? Na, war ich damit War hier unten auch dann gedrohtet, oder war hier nicht Ich hab Metalltreppe und Metallpillar gefunden Sehr schön Pillar haben wir schon Kannst mal dazu tun Warte, da ist ein Mike seine Sachen Ja und? Warte, ich bin mit Wollst du jetzt hier liegen lassen, oder wie? Ich muss jetzt mal wieder hergelaufen kommen Da hab ich ja noch hätte ich spawnen, der Beutel Geh du dann mit ihnen da irgendwo, wir haben Ich geh dann in SmallRetown Oh, ne Waffen kriegst du? Ja, nur da Large Water Storage Blueprint Das ist ein Geflamm Okay Kann auf einmal wo wir sitzen Hast du ne Waffe? Ich glaube, die kommen nicht schnell hin Achso Wo ist noch was jetzt? Essen Lecker essen Hast du genug? Ja Gut Ah, du hattest doch vorhin ne Knarre, oder? Ne Na, dann mach ich dir gleich eine Ich fühlte dir die eigene Mitspieler schon Du warst dann vor dem Wolf Ja, ja, ja Da gab's voll Du hast voll mein Blut Folgen gab's dafür Was denn da ist denn ne komische Ritte hier für mich? Was hier? Hier guck mal, hier ist ne Scheuter Ach ja Fliegt einer drin Da ist ein Schlazer drin Da ist ein Schlazer drin und ein Tropfen Heimann gibt's noch mal in Wo war er auch Fettchen? Ja, macht auch Und dann macht er ein Fett kaputt Das ist das Schlazer drin Heimann hast du ne Holz auch? Da ist er Nein Das müssen sie eh noch vorliegen Na ok fast Ist egal Wie geht's denn da? Da hat die Bestellung Ich muss die Schlazer drin Wie tun ich Wann, alle Eigentlich könnten wir lieber draußen draufhacken Guck mal wie dunkel und draußen schau's Und wie hell die Tür noch ist Weiß ich nicht ob das geht Ja ja das geht Links drin wäre doch ein Gehirn Ja, na mach Deswegen die Schilder bauen halt unsinnig Machen halt das Holz hier schnell Okay. Wie viele sind eigentlich noch wieder? Ich bin gerade am Schaden. Mit denen sind sie los. So. Links, da braucht sich aber auch einer Palakten. Gunpar da. Schon groß, ne? Oh ja. Das ist ein Ausmaß wie wir, wir haben werden, aber in Metall. Ja, wieso bist du da Fenster ein? Weil, wenn da Fenster sind und die Uhren sind irgendwer aufgebunden und es ist da einer an und da hinten dringend und das Fenster rausgefallen. Und es schaut hier aus. Also, auf diesem Server sind 13 von 50 Leute online. Da sind 5 Fremde und der Rest sind wir. Das hört sich gut an. Holosite? Kannst du schon Holosite? Ne, ich glaube nicht. Ja, ich kann nicht. Also, wir sind einmal die Herrschaften da herringen. Dann, Mone. Warte mal, ich glaube, hier kann ich dir nur Dings crowden. Nein.